So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Quick-Tipp-Tutorial und was ich euch hier zeigen möchte, sind die kleinen Tricks und Kniffe, die wir benutzt haben, um den Robin hier zum Sprechen zu bringen. Also das heißt, das wird kein vollständig ausführliches Tutorial über Autolipsync. Dazu haben wir ja schon das Tutorial über den sprechenden Baum und das sprechende Auto. Da findet ihr also mehr Details. Hier will ich nur ganz kurz auf so ein paar Besonderheiten eingehen. Und die erste Besonderheit, wenn wir uns den Clip hier angucken, ist die, dass in der ersten Szene der Robin ja von der Seite zu sehen ist und von da spricht. Und wie haben wir das gemacht? Wenn wir uns das mal angucken hier im Projekt, das ist die Komposition, die den Robin hier so sprechen lässt. Und das ist also auch mit Autolipsync gemacht. Das geht also nicht nur, wenn man einen Mund von vorne hat. Sehen wir uns das mal an. Wenn ich mir hier nur mal die Kopfebene so lohe, dann sehen wir, dass der Mund, also hier auf der Kopfebene habe ich Autolipsync angewendet und da habe ich hier dann zum Beispiel die Mundaufsplittung. Da sieht man, das ist die linke Mundecke und das ist die rechte Mundecke. Das heißt, ich habe diesen Mund einfach so gesetzt, dass die linke Mundecke außerhalb von dem Robin liegt. Und wenn ich mir jetzt nur diesen Teil des Mundes ansehe, dann sieht das wunderbar so aus, als würde der kleine Kerl hier sprechen. Das Ganze hat jetzt noch ein paar Probleme, wenn wir hier durchscrollen. Das erste Problem ist natürlich, dass hier dieser Vordergrund, also dass hier dieser Teil des Vordergrundes bestehen bleiben soll und dass sich hier die Pfote nicht mit bewegt. Und die zweite Geschichte ist natürlich, dass wir hier einen Mundinnenraum brauchen. Der Mundinnenraum, der ist auch ganz normal wie immer. Hier über irgendwelche einzelnen Ebenen, Farbflächen in dem Fall. Das heißt, ich habe hier einfach zwei maskierte Farbflächen für die Zähne genommen und hier noch eine für die Zunge. Und die habe ich an die Oberkiefer 0 und Zunge 0, die Autolibsync erzeugt hat, einfach drangehängt. Ja, die haben die als übergeordnete Ebene. Und wie man hier sieht, bewegen die sich auch super mit. Das heißt, die Zunge bewegt sich und die oberen Zähne, da die im Käfer festsitzen, bewegen sich hier natürlich in dem Fall nicht. Zusätzlich haben wir unten drunter noch eine Ebene Mundinnenraum, die einfach das da hinten dran dunkel ausfüllt. Und das sieht jetzt zusammen mit dem Kopf dann so aus. Ja, der spricht also schon relativ gut. Und das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass hier eben diese Pfote mit dem Mund mitverzerrt wird und auch dieser Hintergrund hier so ein kleines Loch kriegt, auch wenn das bei dem Hintergrund hier kaum auffällt. Und was ich deswegen noch gemacht habe, ist hier so eine zusätzliche Ebene. Das ist eine Matte. Da sitzt eine Maske drauf und die habe ich hier grob gerotoscoped, dass die sich hier mit dem öffnenden und schließenden Mund mitbewegt und diese störenden Teile hier sozusagen einfach wegschneidet. Ja, also die ist mit dem Modus Alpha-Schablone auf die ganze Komposition angewendet. Wenn ich die mit reinnehme, sehen wir, dass dieser Teil einfach transparent hier ausgeschnitten wird. Okay, das ist eigentlich schon der ganze Trick von der Seite. Also einfach diesen linken Teil wegschneiden und wenn man jetzt diese Komposition nochmal in eine andere Komposition einbettet, wo man das Hintergrund-Video nochmal dahinter legt, dann hat man an diesen Stellen, wo das Loch ist, wieder den Original-Hintergrund eingefügt und ihr habt einen wunderbar sprechenden Robin. So, die zweite Szene mit dem Robin ist ja die folgende hier, wo der Mund fast komplett verdeckt ist, aber man ihn trotzdem so ein kleines bisschen sprechen, so ein bisschen den Mund auf- und zumachen sieht. Und da könnte man jetzt vermuten, dass man da ja im Grunde gar keinen Autolipsync für braucht, sondern das reicht, das so ganz leicht irgendwie ein bisschen zu verzerren oder so, aber auch das ist mit Autolipsync kinderleicht. Und was wir hier gemacht haben, ist folgendes. Im Grunde haben wir einfach einen Mund auf diesen Bereich angewendet, der verdeckt ist. Ja, also das heißt, hier spricht der kleine Kerl einfach und dann haben wir oben drüber eine Vordergrund-Ebene gelegt, die diesen Teil einfach wieder verdeckt, ja, mit einer Maske. Ist ja einfach so ein Teil, der das nochmal oben drüber abdeckt. Und dadurch hat man also nur diese ganz leichten Verzerrungen hier, die noch andeuten, dass da irgendwas gesprochen wird und was eben auch wieder genau zu dem Gesprochenen passt. Eine Kleinigkeit ist jetzt noch hier, naja, wenn dieser Mund so verzerrt und sich dann auf und zu geht, muss man natürlich gucken, dass das Material, was dann hinter diesem Vorsprung hier sichtbar wird, wirklich noch zu dem kleinen Robin gehört. Und dazu müssen wir den nach unten sozusagen ein kleines bisschen verlängern, ja. Also das Originalbild von dem sieht eben so aus, dass der kleine Kerl hier aufhört. Und um den ein bisschen nach unten noch zu ergänzen, haben wir folgendes gemacht. Wir haben hier erstmal unsere Original-Ebene, wo ich diesen Teil hier ausgeschnitten habe. Und dann habe ich unten drunter eine Kopie gelegt und die einfach ein bisschen nach unten verschoben, ja. Man sieht hier also, wenn ich die jetzt mal an- und abschalte, diese zweite Kopie ist einfach ein Stück nach unten verschoben, was dafür sorgt, dass dieser Kerl hier nicht 100% akkurat, aber so, dass es reicht, ein kleines bisschen nach unten vergrößert wurde. So, jetzt haben wir also den nach unten verlängerten Robin. Auf den wollen wir jetzt diesen Effekt von dem Autolibsync anwenden. Und der soll jetzt ja nicht entweder auf die eine oder auf die andere Ebene angewendet werden, sondern auf das Resultat von beiden. Das heißt, ich könnte diese beiden hier in eine Unterkomposition verschieben. Was ich stattdessen gemacht habe, ist den Mund oben drüber auf eine Einstellungsebene anzuwenden. Ja, das heißt, wenn wir die jetzt noch mit dazu nehmen, sehen wir hier ist jetzt der sprechende Mund. Und dann habe ich hier eben den Original-Vordergrund in diesem Bereich einfach noch mal drüber gelegt und schon haben wir unseren Robin, der halt ganz angedeutet, nur leicht hinter diesem Vorsprung spricht. In der dritten Szene bleibt Robin hier zuerst wunderbar ruhig stehen und danach springt er hier also wild durch die Gegend und spricht währenddessen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die er erst mal nicht ganz so einfach ist, weil man eben diese Bewegung ständig nachverfolgen muss sozusagen. Das ist eine Bewegung, die auch sich in Mokka nicht mehr gut trecken lässt, weil da eben jeder Frame total anders aussieht als der vorherige. Und da habe ich noch mal eine andere Technik benutzt für diesen ersten Teil hier, wo der Robin also relativ ruhig steht. Da habe ich eine stabilisierte Unterkomposition erzeugt und dann innerhalb der stabilisierten Unterkomposition einen Mund gemacht. Ja, da kommen auch so kleine Zähne und eine Zunge zum Vorschein und so. Das ist alles innerhalb dieser stabilisierten Unterkomposition gemacht. Das ist genau wie in dem Tutorial über den Porsche. Deswegen will ich da hier nicht mehr genau drauf eingehen. Hier konnte man den kleinen Kerl eben auch toll tracken, weil er sich fast nicht bewegt. Und dann kam hier dieser Moment, wo der sich eben ganz wild hin und her bewegt, hier mal kurz stehen bleibt und hier jetzt den Mund schwenkt und so weiter. Und das ist also was, da bringt einem auch eine stabilisierte Unterkomposition nicht mehr viel, weil das eben nicht vernünftig zu tracken ist. Und da habe ich jetzt folgendes gemacht. Ich habe hier auf einer Einstellungsebene über meinem Original Clip, ja das ist also der Clip mit dem Robin hier und das ist jetzt eine Einstellungsebene oben drüber. Da habe ich AutoLibSync drauf angewendet und habe aber diese ganze Geschichte mit Mundform gerade machen und dann den geöffneten Mundformen und den geschlossenen Mundformen habe ich einfach überall weitergeklickt, weil ich diese ganzen Effekte gar nicht haben wollte. Als der Assistent fertig war, habe ich also dann einfach alle Effekte, sieht man hier, deaktiviert bis auf die Mundaufsplittung. Und wozu das führt, ist, dass ich hier einfach nur so einen Aufsplittungseffekt habe, der meinen Mund auf und zu macht und da habe ich diese linke und rechte Ecke, wenn ich hier reingucke, ist jetzt dieser Punkt A und Punkt B, die kann ich keyframe. Und genau das habe ich hier an dieser Stelle gemacht. Ich bin jetzt hier wirklich Bild für Bild durchgegangen und habe hier diese linke und rechte Mundecke immer dem Mund nachverfolgen lassen. Das ist ein kleines bisschen Handarbeit, aber es muss auch nur da stimmen, wo der Mund wirklich sich öffnet. Das heißt an dieser Stelle hier und hier, da muss man halt gucken, dass das halbwegs passt. Das habe ich also einfach gekeyframed und diese ganzen anderen Effekte hier mit der zusätzlichen O-Form-Intensität und dieser O-Form-Verzerrung und diesen ganzen verflüssigen Effekten. Die habe ich alle rausgenommen oder sogar gelöscht. Teilweise, ja hier sieht man, die verflüssigen Effekte sind gar nicht mehr da, weil die eben von der Position abhängen. Ja, die kann ich nicht so einfach wie diese Ecken hier, also wie die Eckpunkte des Mundes keyframe und die würden sich da nicht mitbewegen. Deswegen bringen die hier mir nicht viel, macht aber auch nichts, weil sich das hier ja so schnell bewegt, dass ich solche Details wie, wie das jetzt genau verzerrt ist oder so, auch gar nicht brauche. Das würde ich also gar nicht viel Realismus mehr hinzufügen. Deswegen arbeite hier so rein mit dieser Mundaufsplittung und komme so wieder sehr schnell zu einem wirklich brauchbaren Ergebnis. Ein letzter Kniff an der Sache ist noch, wenn ich hier starke Bewegungen habe, habe ich ja auch starke Unschärfe drin und die habe ich hier mit einem Edgeblur-Effekt nochmal eingefügt. Also so wirkt der Mund erstmal Original, nicht sonderlich echt und diesen habe ich also noch nachträglich hinzugefügt. Einfach hier so einen Edgeblur, der das Ganze dann nochmal etwas unschärfer macht, dass es sich besser in das Ganze integriert. So, das waren auch schon die Quick-Tipps zu diesem Clip mit dem Robin hier. Ja, ich hoffe euch, dass euch das nochmal ein bisschen weitergeholfen hat und gezeigt hat, dass auch in etwas komplexeren Projekten das Autolipsync sich wirklich einfach anwenden lässt.